Sanfte Grüße, liebe Freunde des kritischen Denkens. Ich habe gerade einen Artikel entdeckt auf tagesschau.de und zwar über Klaus Schwab, das WEF und der Great Reset. Und ich konnte meinen Augen kaum trauen. Kann es wirklich sein, dass auch die ARD jetzt mal ein paar kritische Worte gegenüber dem Great Reset und Klaus Schwab äußert? Nun ja, finden wir es einfach mal gemeinsam zusammen heraus. Ich bin zwar noch so ein bisschen groggy heute Morgen gewesen, weil ich mit meinen spanischen Freunden gestern ein bisschen viel Poker gespielt habe bis spät in die Nacht. Aber mit jeder Menge Ingwer-Tee kann ich, glaube ich, wieder halbwegs klar denken. Das könnt ihr dann ja nach dem Video beurteilen. Also lesen wir uns das Ganze mal durch. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Klaus Schwab ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums WEF, das jedes Jahr ranghohe Politiker und Wirtschaftsvertreter zu einem Treffen in Davosch einlädt. Für Verschwörungsideologen ist er eine Hassfigur, vor allem wegen eines Buches. Wahrscheinlich meinen Sie dieses Buch. Das haben wir natürlich auch in Vorbereitung hier schon mit am Start. Wir sind also gut vorbereitet. Let's go! Pascal Segelko, der Faktenfinder. Schauen wir mal, was er so zu schreiben hat. Laut WEF dürfen wir demnächst nur noch zu Fuß laufen oder ein Auto maximal teilen, während die Eliten weiterhin in ihren Privatjets herumfliegen und weiter dunkle Pläne schmieden. Heißt es in einer Telegram-Gruppe. Die Rede ist vom World Economic Forum WEF, dem Weltwirtschaftsforum, das jährlich zu einer mehrtägigen Konferenz in der kleinen Schweizer Gemeinde Davosch einlädt. Unter den mehr als 2500 Teilnehmern sind sowohl führende Politiker, Wirtschaftsvertreter und Nichtregierungsorganisationen. Für dieses Jahr haben unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, ja, über den haben wir auch noch ein bisschen was in Vorbereitung, bleibt also auf jeden Fall auf diesem Kanal dran, EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in ihr Kommen angekündigt. Doch wo so viele einflussreiche Menschen zusammenkommen, sind auch Verschwörungsmythen nicht weit. Im Internet finden sich zahlreiche Artikel und Videos darüber, wie das WEF im Hintergrund die Strippen zieht. Immer wieder ist dabei die Rede von The Great Reset auf Deutsch, der große Neustart. Was hat es damit auf sich? Nährboden für Verschwörungsideologien. Also ich finde grundsätzlich schon mal, muss man hier festhalten, eigentlich jegliche Form von Pauschalisierung und Generalisierung sowie Diffamierung in Form von diesen Begriffen Verschwörungsideologien eigentlich weniger hilfreich. Das wäre ungefähr so, wie als würde ich die komplette Presse als Lügenpresse bezeichnen. Und somit würde ich ja immer auch dann das Argument haben, dass egal was in der Presse irgendwo drin steht, egal über welches Thema es geht, ich muss dem eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken, weil es ist ja einfach nur die Lügenpresse. Und diese Pauschalisierung finde ich persönlich überhaupt nicht hilfreich, weil ich finde im Gegenteil, es gibt auch in der Presse ein sehr diverses Meinungsbild. Man muss sich natürlich nur in den unterschiedlichen Ländern umhören. Also innerhalb von Deutschland ist es tatsächlich so, dass viele verschiedene Medien immer ihnen auch dasselbe Horn blasen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch innerhalb von Deutschland sehr viele unterschiedliche Meinungen von Journalisten und auch teilweise sehr gute Beiträge. Man muss sie nur lange suchen. Aber das zum Beispiel als Lügenpresse zu bezeichnen, das ist nicht wirklich zielführend. Auf der anderen Seite ist es auch nicht zielführend, wenn man sämtliche Kritik beispielsweise auch an regierungsnahen Organisationen, an der Regierung selbst oder auch am Great Reset immer gleich in Kontext von diesen Verschwörungsideologien bringt. Weil dann hat man eben gleich die Schublade aufgemacht, hat gleich die ganzen Querdenker, die ganzen Rechtspopulisten und all diese ganzen Leute in diese Schubladen reingesteckt und man kann sich dann ganz entspannt zurücklehnen und muss nie wieder auf die Inhalte da eingehen, muss sich nie wieder irgendeiner Kritik gegenüberstellen, weil sie kommt ja einfach nur von Verschwörungsideologien. Und deswegen würde ich mir einfach hier wünschen, dass man das Ganze vielleicht nicht immer so direkt in jeglicher Kritikform direkt hier in diesen Kontext bringt. Aber gehen wir mal weiter. Das Weltwirtschaftsforum wurde 1971 vom deutschen Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab gegründet, damals noch unter dem Namen European Management Conference. Das wissen wir schon, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Es finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und öffentliche Zuschüsse. Ja, diese Mitgliedsbeiträge, die sind auch ziemlich, ziemlich stark gestiegen in den letzten Jahren. Ich habe hier noch so einen anderen spannenden Artikel entdeckt, den verlinke ich euch wie immer alles hier unten drunter. Und dort wird teilweise jetzt mittlerweile hier, die haben auch teilweise sogar selber das WEF interviewt. Hier steht, said a WEF spokesperson, the range from 120k to 850k Swiss France. Ja, also diese Mitgliedschaften kosten mittlerweile 130.000 bis 917.000 Dollar für diese ganzen Unternehmen und so weiter. Das heißt, dieses Forum finanziert sich zwar durch die Mitgliedsbeiträge, man könnte natürlich aber auch hier mal erwähnen, wie hoch diese Mitgliedsbeiträge mittlerweile sind, weil so wie das da steht, klingt es so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen so ein kleiner Verein nebenan und die finanzieren sich so ganz wohltätig durch so ein paar Mitgliedsbeiträge. Ziel des Weltwirtschaftsforums ist es nach eigenen Angaben, den Zustand der Welt zu verbessern. Na, das ist doch schon mal gut. Verschwörungsideologen sehen das komplett anders. Ihnen zufolge will Schwab mit dem WEF eine neue Weltordnung installieren, zugunsten der Elite und auf Kosten der einfachen Bevölkerung. Das Motiv, dass es in irgendeiner Form eine im Verborgenen agierende Elite gibt, ist ein grundlegendes Motiv fast aller Verschwörungserzählungen, sagt Katharina Kleinen von Königslöw, Professorin am Fachgebiet Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. Wer diese Elite ist, das wandelt sich dann. Das sind manchmal die Juden, mal die katholische Kirche, dann ist es George Soros und jetzt ist es eben ein Klaus Schwab. Okay, also zu diesem Abschnitt muss man natürlich ein bisschen was sagen. Also erstens, dieser Punkt mit der Elite und so, dass sie auf Kosten der einfachen Bevölkerung eine neue Weltordnung und so weiter installieren wollen, das klingt natürlich erstmal ein bisschen sehr dramatisch. In der Praxis ist es natürlich aber so, dass Klaus Schwab selber schreibt, dass hier im neuen sozialen Vertrag, ja, the social contract, er erstmal grundsätzlich von dieser Prämisse ausgeht, also der soziale Kontrakt ist eigentlich dieser imaginäre oder dieser nicht aufgeschriebene Vertrag zwischen Individuum und Autorität, der also der Kitt der Gesellschaft ist, ja, wenn es diesen sozialen Vertrag nicht gibt, dann haben wir im Endeffekt eine Anarchie und er definiert, wie die Verantwortung in einer Gesellschaft verteilt wird. Ob die Individuen, also freie Bürger, mehr Verantwortung haben oder ob der Staat und die Autorität mehr Verantwortung hat. Und hier steht drin jetzt erstmal als Prämisse, dass in den letzten Dekaden dieser soziale Kontrakt, dieser soziale Vertrag immer mehr Verantwortung auf das Individuum gelegt hat und sein individuelles Leben und somit auch seine ökonomischen Ergebnisse. Das kann man natürlich durchaus jetzt erstmal streiten, will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht machen, aber das ist die Prämisse, von der Klaus Schwab ausgeht. Er sagt also, die Individuen haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr Verantwortung bekommen. Dann listet er eine ganze Menge von Problemen aus, von Ungleichheit, von allen möglichen schlimmen Dingen, die seitdem passiert sind um dann eben viele Vorschläge zu machen, wie man diesen sozialen Kontrakt eben verändern könnte. So, wenn er jetzt als Prämisse schon mal sagt, okay, wir haben ja gesehen, was dabei passiert ist, wenn man den ganzen Individuen immer mehr und mehr Verantwortung gibt. Das ist nicht wirklich gut. Damit sind die auch nicht zufrieden. Dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Lösungen, die er sich hier vorstellt, nicht wirklich noch mehr in diese Richtung gehen, dass die Individuen noch mehr individuelle Verantwortung und so weiter bekommen. Und wenn du in diesem Buch auch schreibst, dass alle Probleme auf der Welt mittlerweile so komplex sind und so stark miteinander verwoben sind und so schnell auch auf alles einprasseln und wir alle in einem gemeinsamen großen Schiff sitzen, dann lässt das natürlich auch sehr viel Interpretationsspielraum gar nicht mal unbedingt mehr offen und dann hinsichtlich der Frage, naja, wie frei kann ich mich dann überhaupt noch entscheiden, wohin ich gehen möchte in meinem Leben und so, wenn wir alle eh schon im selben Schiff sitzen und wenn alles eben zusammenhängt und so weiter, dann würde man jetzt nicht direkt sagen, okay, das ist jetzt direkt das Streben nach einer neuen Weltordnung. Dass aber Klaus Schwab ganz klar Ideen hat, wie die Welt gestaltet werden sollte und dass das Individuum dort überhaupt keine wirklich große Rolle spielt. Dazu muss man, wie gesagt, einfach nur dieses Buch lesen und das ist offensichtlich. Und wer diese Eliten sind, das wechselt auch nicht, weil wir haben ja auch schon gelernt, wer sind Eliten und was ist Elitarismus? Ich kann natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Leute hier immer alle Videos von mir geschaut haben. Deswegen, sorry dafür, gehe ich jetzt einfach mal noch mal kurz in die Definition hier rein und dann gucken wir, was heißt Elite. Elite aus dem Lateinischen von Auslesen bezeichnet soziologisch eine Gruppierung. Überdurchschnittlich qualifizierte Personen, Leistungseliten, Funktionseliten oder die herrschenden beziehungsweise einflussreichen Kreise, Machteliten, ökonomische, juristische Eliten einer Gesellschaft. Also Menschen, die eben, genauso wie ich das damals beschrieben hatte, aufgrund ihres sozioökonomischen Statuses, aufgrund ihrer Intellektualität, aufgrund ihres hohen Vermögens, aufgrund ihres Netzwerkes eben agieren und gleichzeitig, das ist der wichtige Punkt, der eine Elite auszeichnet, davon ausgehen, dass sie aufgrund dieses Statuses eben auch die Macht haben, die Welt zu gestalten. Das ist Elitarismus. Und wenn wir uns jetzt mal noch mal ganz kurz dieses Video hier anschauen, Moment. Also wir haben die Mittel, um die Welt zu verbessern. Wir, diese mächtige Community in diesem Raum. Das klingt für mich ziemlich stark nach einer Elite. Ob diese Elite jetzt sehr geheim ist oder nicht, dazu gleich noch mehr, aber das ist eigentlich exakt diese Form von Elite, die hier, sogar dieses Bild hier, ja, die Tafelrunde, sogar das ähnelt ja so sehr stark diesem Bild von den reichen Milliardären, die jetzt zwar nicht mehr mit ihren goldenen Kutschen wie damals, sondern heute in ihren Privatjets zu diesem Treffen fahren und dann im erlesenen Kreise speisen. Weil hier kann ja auch nicht jeder normale Mensch teilnehmen, außer er hat 917.000 Dollar im Jahr übrig. Ich weiß nicht, also ich habe nicht so viel, vielleicht hast du so viel, dann kannst du vielleicht auch mal dorthin gehen, ja, wäre vielleicht mal interessiert. Aber insgesamt, wenn wir jetzt mal das Gegenstück dazu sehen, das ist nämlich dann der sogenannte Pluralismus, ja, der Pluralismus beschreibt den Umstand, dass in einer politischen Gemeinschaft eine Vielzahl freier Individuen und eine Vielfalt von gesellschaftlichen Kräften respektiert werden, die in einem Wettbewerb untereinander stehen. Und das ist das ganz klare Gegenteil von Elitarismus, nämlich Pluralismus. So, und jetzt kann ja jeder, ich meine, von euch selber einordnen, wem ihr, ja, eher, also wen ihr eher in Verbindung mit Klaus Schwab sehen würdet, ob er halt den Elitarismus oder den Pluralismus, also ich habe da eine ziemlich klare Meinung, brauche ich jetzt glaube ich hier nicht mehr sagen. Und dann kann man natürlich auch ganz einfach sagen, wer jetzt diese Elite ist. Also wem man jetzt diesen Elitenstatus zuschreiben will, denn das ist vollkommen wurscht. Fakt ist einfach, dass jeder, der von sich ausgeht, er könne die Geschicke dieser Welt innerhalb dieses mächtigen Raums, ja, ändern, we can approve this world, ja, the status of the world, dann ist das per Definition eben diese Elite. Da braucht man das nicht auch ständig immer in Gänsefüßchen setzen oder so, ja. Dass das Weltwirtschaftsforum für Verschwörungsideologen ein guter Nährboden gibt, wundert Jan Rathje, Senior Researcher beim C-E-M-A-S, Center for Monitoring, Analyse und Strategie, nicht, ähm, ja, was ist das übrigens für eine bescheuerte Abkürzung? Das muss man mal sagen. Center, also erstmal so das englische Wort Center und dann aber für Monitoring, dann aber wieder Analyse und Strategie. Also da muss man sich so ein bisschen mal, ich glaube, klar werden, ob man jetzt wirklich einen englischen Begriff nehmen will oder ob man das irgendwie auf Deutsch macht oder ob man, aber egal, ist nicht so wichtig, ja. Große Treffen von Menschen, die über Machtressourcen verfügen, eignen sich besonders gut als Zielscheibe für Verschwörungserzählungen, weil dort durchaus wichtige politische Prozesse verhandelt werden. Jedoch seien die Inhalte solcher Treffen deutlich weniger brisant. Es ist nicht so, dass sich dort Menschen treffen, um eine globale Verschwörung auszuhacken, sondern um miteinander zu diskutieren, wie die Zukunft gestaltet werden könnte. Also ich kann immer nur für mich selbst sprechen, aber man muss natürlich sagen, dass es völlig wurscht ist, was hier im Einzelnen genau diskutiert wird. Fakt ist natürlich immer nur, was wird tatsächlich dann am Ende umgesetzt und dass nur, weil ich irgendwo eine gute Intention habe, dann nicht unbedingt auch etwas Gutes am Ende des Tages bei rauskommt, ja. Nur weil ich jetzt zum Beispiel einem überschuldeten Menschen mit mehr Geld aushelfe, heißt es nicht, dass er dieses Geld dann nimmt, seine Schulden abbezahlt und dann auf einmal keine Geldprobleme mehr hat. Es kann auch sein, dass wenn ich ihm dieses Geld gebe, mit guter Intention, er dieses Geld nimmt und danach noch mehr Schulden hat. Das heißt, ich muss immer nicht so sehr auf die Idee gucken und was dort irgendwie an gestalterischer Sachen zusammenkommen, sondern ich muss am Ende dann immer wieder gucken, wo gab es denn schon mal ähnliche Situationen, wo eine Elite sich eingebildet hat, sie könnte die Geschicke der Welt in die Hand nehmen und was ist am anderen Ende bei rausgekommen? Völlig egal, wie die Intention war. Und da ist es halt nun mal meistens so, dass wenn man sich weg vom Pluralismus entwickelt, hin zu diesem Elitarismus, dass es meistens halt nicht wirklich sehr gut ausgeht. Die Vorstellung, die verschiedenen Teilnehmer auf diesen Treffen hätten das gemeinsame Interesse einer globalen Verschwörung sei zu einfach gedacht. Hinzu komme, dass viel zu viele Menschen involviert wären, um so eine große Verschwörung geheim halten zu können, sagt Kleine von Königslöw. Wenn sie so viele Menschen darüber Bescheid wissen würden, müsste es irgendwann öffentlich werden. Zudem ist die Liste der teilnehmenden staatlichen Vertreter öffentlich einsehbar. Ganz so geheim, wie von vielen Verschwörungsideologen oftmals behauptet, ist das Treffen nicht. Nun, ich kann mich irgendwie gar nicht erinnern, aber ich habe nie irgendwie jemand gesehen, der behauptet hätte, dieses World Economic Forum wäre irgendwie geheim. Da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, blöd sein, wenn man jetzt sagt, dieses Treffen wäre komplett geheim, weil es wird ja überall in den Medien überall darüber berichtet. Man kann ja überall auch sehen, dass dieses Treffen stattfindet. Also ich glaube, nie hat irgendjemand gesagt, dass es ein geheimes Treffen wäre. Dass es aber auf diesen Treffen neben diesen eigentlichen Hauptpanels, wo dann hier solche Reden gehalten werden und so, noch daneben private Treffen gibt, wo ganz viel diskutiert wird. Dass es sogar mittlerweile eine App gibt namens Toplink, wo die VIPs, der VIPs, sich nochmal direkt miteinander austauschen können und so. Dass es auch von Journalisten abgeschottete Bereiche gibt, steht hier alles bei Vanity Fair drin, da hat dieser Peter S. Goodman sogar ein Buch drüber geschrieben. Das ist erwiesen. Das war ein Journalist, der siebenmal insgesamt dort war und wo er auch gesagt hat, dass kritische Journalisten vor allem in gewissen Bereichen einfach keinen Zugang haben und dass die einzelnen Räume dort sogar Soundproof abgeriegelt sind, wo dann eben auch diskutiert werden kann. Da ist also dann nichts mit Transparenz und so weiter und ja, dieses Treffen an sich ist zwar nicht geheim, aber was dort eben im Einzelnen dann auch hinter verschlossener Tür diskutiert wird, ist natürlich sehr wohl geheim. Sonst würden sie es ja nicht dort in der Form machen, wie sie es machen. Ja, also da muss man natürlich schon einfach mal ein bisschen mehr lesen. Dann geht es jetzt noch im Artikel so ein bisschen mehr zur allgemeinen Great Reset Idee und auch zum Stakeholder-Kapitalismus. Da werde ich jetzt erstmal hier weniger drauf eingehen, könnt ihr aber natürlich selber auch immer drüber lesen, ist jetzt nicht so wirklich kontrovers. Und jetzt aber geht es hier weiter. Sätze werden aus dem Zusammenhang gerissen, dass die Initiative des WEF und das Buch dennoch eine so hohe Aufmerksamkeit vor allem in der verschwörungsideologischen Kreisen erfahren. Ja, also wie oft will man dieses Wort jetzt noch hier schreiben? Liegt nach Ansicht von Kommunikationswissenschaftlerin Klein und von Königslöw an einem der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es gibt in den Kreisen schon lange die Vorstellung, dass die Elite daran arbeitet, eine neue Weltordnung einzuführen. Die Corona-Pandemie und der Great Reset lassen sich in den Verschwörungserzählungen sehr gut integrieren. So wird dem WEF und Schwab beispielsweise unterstellt, die Pandemie lediglich erfunden zu haben, um die neue Weltordnung zu etablieren. Das ist natürlich, ja, wenn man keine gesicherten Fakten hat, man weiß ja sogar immer noch nicht heutzutage, woher diese Pandemie genau kommt. Es gibt mehrere Theorien und zwar nicht nur von Verschwörungsideologen. Es gab auch an der Universität von Hamburg und so weiter mehrere anerkannte Wissenschaftler, die gesagt haben, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwo von dem Markt und so weiter herkam. Ich halte mich von diesen Sachen einfach immer fern, weil ich immer nur von gesicherten Erkenntnissen ausgehe und nicht einfach irgendwelche Behauptungen erstelle, die ich nicht belegen kann. Aber das ist natürlich auch zu pauschal gesehen, zu sagen, okay, nur weil jetzt diese eine Sache zu widerlegen ist, also wie gesagt, aktuell kann man sie ja noch nicht widerlegen, weil man weiß, wie gesagt, noch nicht, woher die Corona-Pandemie genau, also wie sie genau initiiert wurde. Aber selbst, wenn man jetzt das widerlegen könnte, würde das nicht bedeuten, dass die anderen Punkte irgendwie weniger Relevanz und so weiter haben. Dadurch, dass das Buch insgesamt nur recht vage Ideen enthalten, naja, teilweise ja, teilweise steht aber schon ganz konkret mit Modern Monetary Theory und Abschaffung der neoliberalistischen Werte und so weiter, steht schon teilweise ziemlich genau drin, auch was eigentlich die Lösungen sind, ja. Dann werden einzelne Sätze aus dem Kontext gerissen und dienen als vermeintliche Beweise für die eigene Erzählung. So wird Schwab unter anderem vorgeworfen, das Autofahren verbieten zu wollen. Dabei geht es ihm in Wahrheit darum, Carsharing zu fördern, um Ressourcen zu sparen. Zudem kann das WEF gar nichts verbieten, schließlich ist es lediglich eine Organisation. Ja, okay. Das ist natürlich ein wirklich sehr, sehr, sehr interessanter Satz, ja. Das WEF an sich kann natürlich nichts verbieten, aber zu verkennen, dass wenn halt eben angefangen von den ganzen wirklich hochrangigen Politikern, ich meine, nicht nur von der Leyen, auch Olaf Scholz und in den letzten Jahren waren wirklich sehr, sehr viele auch hochrangige Politiker dort, dass das natürlich auch einen Einfluss auf diese Politik und Gesetzgebung haben kann, was dort besprochen wird und so weiter, das ist ja wohl auch ziemlich offenkundig. Da muss man jetzt nicht sagen, okay, das WEF kann selbst zwar nichts genau ändern, aber wenn das WEF für einen immer weiteren Kooperatismus eintritt, also die Verflechtung zwischen Unternehmen und Staat, die halt immer mehr und mehr Macht zentralisieren und das WEF als eine Art Hub und Gestaltungsort für diesen Kooperatismus dient, dann sollte man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das irgendwie, ja, lediglich eine Organisation ist. Also das ist, glaube ich, wirklich einfach nur naiv. In gewisser Weise zeigt es sich an diesen Erzählungen auch, dass der Gesamtprozess von hinten betrachtet wird, sagt Politikwissenschaftlerin Radje, weil die Verschwörungsideologen ohnehin glauben, dass es eine einzige Konfliktlinie zwischen dem Volk und der Elite gibt, ja, also Elite, Volk, interpretieren sie alles genau in diesem Maßstab, dass Politik jedoch wesentlich komplexer ist, als dass man einfach nur eine Gruppe von mächtigen Menschen zusammenbringt, die dann alle das Gleiche wollen, wird dabei völlig außer Acht gelassen. Das ist interessant, dass das hier so geschrieben wird, weil ich komme mir manchmal so vor, vielleicht geht es auch auch nur mir so, dass eigentlich so eine berechtigte Kritik an gewissen inhaltlichen Dingen oder Ideen, die ja immer eigentlich auch diskutiert werden sollten, und das macht meiner Meinung nach oder nicht nur meiner Meinung nach, sondern Pluralismus aus, ja, Wettbewerb, ja, die Vielfalt von gesellschaftlichen Kräften werden respektiert und es gibt einen Wettbewerb untereinander, das heißt, jeder darf in diesem Wettbewerb teilnehmen und seine Meinungen und so weiter aufschreiben und dann ist es auch doch ein bisschen so vereinfacht, oder, und wird der Komplexität doch auch nicht wirklich gerecht, wenn man alles, was irgendwie an Kritik dort geäußert wird, bündelt zu einem großen, ja, Verschwörungsideologiebegriff und somit sämtliche Kritik eigentlich dadurch, ja, nicht anerkennt oder irrelevant macht. Ich finde, das ist auch ein bisschen zu vereinfacht, oder wie seht ihr das? Dann geht es noch so ein bisschen darauf ein, dass es halt in unterschiedlichen Ländern eben unterschiedliche Theorien und so weiter gibt und am Ende, ganz am Ende von diesem recht, recht langen Artikeln, muss man ja doch sagen, ganz am Ende sieht man mal hier jetzt den Satz, man könne durchaus Globalisierungsprozesse kritisieren und die Probleme, die dadurch entstünden, sagt Ratje vom C-Maß, ja, das heißt, ganz unten übt man zwar keine eigene Kritik, weil man wirklich offensichtlicherweise sich nicht intensiv, substanziell damit auseinandergesetzt hat, übt man daran keine eigene Kritik, sondern man widerlegt nur die Verschwörungsideologen, dabei hat ja eigentlich auch das Öffentlich-Rechtliche einen Bildungsauftrag, das heißt, gerade deren Aufgabe wäre es mal hinzugehen und kritische Fragen zu stellen und dann, wenn sie keine kritischen Fragen stellen dürfen, zu fragen, hey, warum nicht und so, ist es denn wirklich so, dass Journalisten hier zu manchen Bereichen keinen Zutritt haben, was wird auf den einzelnen Partys dann noch später diskutiert, das wäre ja ihre Aufgabe, da richtig kritisch mal reinzugehen, ja, und nicht die Leute, die das aber kritisch tun, dann irgendwie hier noch zu widerlegen und das WEF dafür noch zu verteidigen, ja, also das ist doch vollkommen verquere Welt, finde ich, ja, Herrschaft müsse sogar kritisiert werden dürfen in einer offenen, liberalen und demokratischen Gesellschaft, das Problem ist nur, wenn das Ganze auf einer ideologischen Grundlage basiert, bei Verschwörungserzählungen werde alles Übel der Welt auf einzelne Menschen wie Klaus Schwab projiziert, zudem würden alle Verschwörungsideologien ein apokalyptisches Welt bezeichnen, gefährlich könne es dann werden, wenn sie beim Great Reset den Eliten vorgeworfen werde, Gewalt gegen das Volk ausüben zu wollen. Solche extremen Opfererzählungen können bei Menschen dazu führen, dass sie nicht dazu veranlasst sehen, dass sie sich dazu veranlasst sehen, auch zu Mitteln der Gewalt zu greifen, um das Böse aus der Welt zu schaffen. Nun ja, zu diesem Satz, also, dass dem Great Reset und den Eliten vorgeworfen werde, Gewalt gegen das Volk ausüben zu wollen, siehe letztes Video dazu, also ich weiß jetzt nicht, als was ihr das bezeichnen würdet, wenn sich auch Agenda-Kontributoren und wichtige Mentoren von Klaus Schwab dazu äußern und sagen, man sollte eigentlich so ungefähr 90% der Weltbevölkerung wieder langsam und ruhig abschaffen und zum Beispiel durch diesen langsamen Prozess, dass die bezahlbare Energie halt immer weiter und weiter verschwindet, dann weiß ich jetzt nicht, als was anders, als Gewalt man das jetzt großartig gegen das Volk bezeichnen möchte, aber vielleicht habt ihr ja noch andere, euphemistischere und schönere Begriffe dafür, ich würde das schon als Gewalt irgendwie bezeichnen wollen, aber das kann man ja durchaus auch anders sehen. Insgesamt würde ich mir einfach wünschen, klar muss man zu diesem Artikel sagen, man darf nicht pauschalisieren. Wer pauschalisiert, hat immer Unrecht, es muss immer differenziert werden. Einfach zu sagen, Lügenpresse verbreitet nur Mist, ist zu einfach. Man darf nicht in diese globale Krankheit verfallen, die aktuell rasiert, alles immer ohne nachzudenken, ohne sich damit auseinanderzusetzen, direkt zu verurteilen, direkt zu diffamieren, direkt als eine Schublade aufzumachen, alles reinzuwerfen und dann wieder zuzumachen. Man muss differenzieren, aber genauso erwarte ich es dann eben auch hier von diesen Damen und Herren und in diesem Fall auch von einem Pascal Segelkow. Das kannst du definitiv besser. Nutze die Chance jetzt, dich damit auseinanderzusetzen, lieber Pascal und schreib bitte auch nochmal ein bisschen etwas Kritischeres über das WEF. Das war es für das heutige Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.